Füge Gebäudenschaden mit dem Eierwerfer zu. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie ihr die Aufgabe erledigen könnt. Geht zum Beispiel hierher bei der Waldschmiede und hier bei Killerküken könnt ihr direkt den Eierwerfer kaufen. Ihr könnt ihn aber auch als Flurloot finden und in Kisten. Wechselt zum Eierwerfer, schießt jetzt auf Gebäude. Insgesamt müsst ihr 1000 Schaden den Gebäuden zufügen, dann habt ihr die Aufgabe erledigt. Ihr habt die Möglichkeit auch schnell von der Waldschmiede nach der Citadel zu gehen. Dann könnt ihr hier Schaden verursachen. Ansonsten könnt ihr aber auch die Aufgabe in Gruppenkeile erledigen. Da würde ich euch empfehlen, bei Städten zu landen wie Megacity.